Kennst Du diese faszinierenden, beinahe übernatürlichen Träume, in denen Du die volle Kontrolle über die Handlung zu haben scheinst und Deine eigenen Traumwelten nach Deinen Wünschen gestalten kannst? Dein Bewusstsein verschmilzt mit Deiner ganz persönlichen Traumwelt. Plötzlich kannst Du fliegen, Abenteuer erleben und die Realität nach Deinen eigenen Wünschen formen. Scheinbar ist alles möglich. Solche Träume sind keine bloßen Zufälle. Sie sind das Ergebnis von Klarträumen bzw. Luzidenträumen, einer faszinierenden Fähigkeit, die wir erlernen können. In Klarträumen oder Luzidenträumen bist Du Dir darüber bewusst, dass Du träumst, obwohl Du schläfst. Es ist, als ob Du die Regie in Deinem eigenen Film übernimmst. Aber wie kannst Du als Anfänger diesen außergewöhnlichen Zustand herbeiführen? Dazu bedarf es fünf Schritten, die Dich mit etwas Geduld und Übung zu Deinem ersten Klartraum führen. 1. Traumerinnerung steigern Der Weg zu Klarträumen beginnt zunächst mit der Fähigkeit, sich an seine Träume zu erinnern. Schließlich nützt Dir das Talent zum Luzidenträumen nichts, wenn Du nicht einmal weißt, was in Deinen Träumen eigentlich passiert ist. Das macht es erst so richtig spannend. Das Geheimnis ist ganz simpel und liegt in einem Traumtagebuch. Jeden Morgen nach dem Aufwachen notierst Du so viele Trauminhalte wie möglich. Mit der Zeit wird Deine Erinnerung immer schärfer und Du entdeckst voraussichtlich Muster und Zeichen, die Dir dabei helfen werden, Deine Klarträume später zu erkennen. 2. Realitätsprüfungen durchführen Ein Reality-Check im Klartraum ist eine Technik, mit der Du während Du träumst, feststellen kannst, ob Du Dich in einem Traum befindest oder in der Realität. Da Klarträume von den normalen Träumen dadurch unterscheidbar sind, dass man sich während des Traums seiner Träumerei bewusst ist, ermöglichen Reality-Checks Klarträumern, ihre Traumzustände zu erkennen und gegebenenfalls bewusst zu steuern. Indem Du diese Realitätsprüfungen im Wachzustand regelmäßig übst, erhöhst Du die Wahrscheinlichkeit, diese auch im Traum durchzuführen und so zu erkennen, ob Du Dich in einem luziden Traum befindest oder nicht. Eine simple Übung ist beispielsweise zu versuchen, durch ein geschlossenes Objekt zu greifen. Wenn Du träumst, kannst Du nämlich durch den Gegenstand hindurch greifen. 3. Autosuggestion anwenden Es gibt verschiedene Techniken, um Klarträume herbeizuführen. Eine laut Klartraumforschern besonders bewährte Methode ist folgende. Du beginnst mit dem festen Entschluss, einen luziden Traum erleben zu wollen. Dabei sagst Du Dir vor dem Einschlafen mehrmals folgende Affirmation in Deinen Gedanken. Wenn ich heute Nacht träume, werde ich erkennen, dass ich träume. Visualisiere zudem, wie Du in Deinem Traum erkennst, dass Du träumst. Diese positive Programmierung Deines Unterbewusstseins steigert die Wahrscheinlichkeit, dass Du Klarträume haben wirst. 4. Bewusstsein im Traum steigern Sobald Du in einem Klartraum bist, ist es entscheidend, Dein Bewusstsein aufrecht zu erhalten. Um dies zu erreichen, konzentriere Dich darauf, in Deinem Traum so viele Details wie möglich wahrzunehmen. Untersuche die Umgebung, berühre Gegenstände, prüfe Texte und Zahlen und sprich mit den Traumfiguren. Je mehr Du in den Traum eintauchst und Deine Sinne einsetzt, desto klarer wird Dein Bewusstsein und Du wirst besser die Kontrolle über das Geschehen übernehmen können. 5. Traumstabilität aufrechterhalten Luzide Träume sind wie Seifenblasen. Sie können leicht platzen, wenn Du zu aufgeregt oder gestresst bist. Deshalb ist es wichtig, möglichst entspannt zu bleiben und den Traum bewusst zu genießen. Experimentiere mit Deiner Umgebung oder fliege durch die Wolken. Und wenn Du merkst, dass die Klarheit nachlässt oder Du aufwachst, versuche wieder einzuschlafen und den Klartraum fortzusetzen. Das war's zum Thema Klarträumen für Anfänger. So lernst Du luzides träumen. Unser Spruch to go lautet Träum das mal nach. Musik Vielen Dank.